Nach diesem Video wirst du die 5 besten Tipps für das Chemie-Abitur 2019 haben. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur-Schnitt. Übrigens habt ihr das Gefühl, dass ich in manchen Videos zu schnell rede, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ansonsten jetzt hier meine besten 5 Tipps nur für dich. Erstens, hab keine Lücke. Das war für mich zum Beispiel genau der Grund, warum ich irgendwann Chemie abgewählt habe, weil ich einfach mal mehrere Tage hintereinander krank war, in den Stunden nicht teilgenommen habe, nichts mehr geblickt habe und dann hat auch nichts mehr hingehauen. Bei meiner Mutter war es genauso, die hat irgendwann, glaube ich, mal die 11. oder 12. hat sie sogar wiederholt, auch wegen anderen Noten. Und sie meinte, in Chemie stand es halt immer auf 5, weil sie halt irgendwann nicht mehr gecheckt hat. Dann hat sie sich aber in den Sommerferien einmal das Buch genommen, alles nochmal durchgearbeitet, hat auf einmal super alles verstanden und hat nur noch durchgehend einseit in Chemie geschrieben. Deswegen, wenn du gerade das Gefühl hast, ey shit, irgendwie ein paar Dinge verstehe ich nicht, hol die unbedingt als allererstes auf, bevor du dann mit der Gesamtvorbereitung anfängst, weil in Chemie hängen auch einfach viele Dinge zusammen, deswegen unbedingt erst die Lücken auf, aufbessern, weil dann macht die ganze andere Vorbereitung auch wesentlich mehr Spaß. Zweitens, Großzusammenhänge verstehen. Dadurch, dass halt einfach die ganzen Stoffe alle miteinander interconnected sind, der Begriff Moleküle und so weiter, ihr wisst das ja selbst besser, da hängen einfach super viele Sachen in Chemie zusammen. Und wenn du, ich bin halt ein ganz großer Fan von Verständnis, dass du eben nicht versuchst, Dinge auswendig zu lernen, damit, glaube ich, fällt meine Chemie sowieso sehr schnell auf die Schnauze, sondern, dass du wirklich versuchst, Gesamtzusammenhänge zu erkennen. Das heißt, ich würde da wirklich empfehlen, das mache ich auch ganz oft mit meinen eigenen Coaching-Konzepten, versuch dir wirklich einfach so mehrere DIN-A3-Kunstblöcke zu nehmen und die einfach über die ganze Wand bei dir daheim, quasi so wie so eine Tapete fast schon, aufzuhängen. Und dann versuchst du dir mal den ganzen Stoff, den du für Chemie hast, komplett aufzuschreiben. Mit jeder Reaktionsgleichung, wie der Ablauf ist, wie das mit dem zusammenhängt, da den Versuchsaufbau und so weiter, weil du dann einfach ein viel, dieses Big Picture hast, ja. Und dieses Big Picture sorgt dafür, dass du es richtig gut verstanden hast und dann fällt dir auch alles andere, vor allem dann natürlich auch die Aufgabenvorbereitung und Bearbeitung in den Klausuren, in dem Abitur wesentlich, wesentlich einfacher. Drittens, erklär Videos auf YouTube. Erklär Videos auf YouTube, an der Stelle natürlich Shoutout, an der Stelle Shoutout an SimpleClub. Gar nicht so leicht. Aber auf jeden Fall, schaut euch an euch, Alex und Nico, war geil, euch auch vor einigen Monaten kennenlernen zu dürfen. Und ja, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, speziell in Chemie. In anderen Fächern bin ich der Meinung, ist das mehr so ein leichteres Lernen, was nicht ganz so effektiv ist. Aber gerade in Chemie, weil da vieles über Prozesse abläuft und es einfach super geil ist, wenn du das mal bildlich veranschaulichst bekommst. Deswegen schaut unbedingt bei den Jungs vorbei oder auch andere Videos. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte es ja selbst nicht. Aber wenn es da auch andere Videos dazu gibt, schaut euch die Augenblick an. Ich glaube, das ist super entscheidend. Um den ganzen Prozess auch wirklich nachvollziehen zu können. Und dadurch, dass du das da bildlich hast, kannst du es dir auch wesentlich besser einprägen und so in der Abiturklausur dann auch hinschreiben. Viertens, andere Internetquellen nutzen. Du musst dich natürlich nicht nur auf YouTube beschränken, sondern such gerne auch einfach andere Sachen. Google einfach mal deine Gleichung. Google einfach mal dein Thema. Schau dir das in Tabellen an, wie der Verlauf ist. Ich zum Beispiel fand in Psychologie, es ist auch immer so spannend in meinem Studium, einfach mal zu googeln, wie so eine Nervenzelle eigentlich wirklich funktioniert. Und wenn du das dann siehst und da bitzelt alles, du siehst die elektrischen Signale und du denkst dir, das hier passiert hier oben und ich lerne das gerade. Meine Motivation war so krass am Start. Das heißt, gerade wenn du gerade in der Abiturvorbeutung bist, ich habe keinen Bock mehr, dann google unbedingt mal einige Dinge, die du da in der Chemie lernst. Ich glaube, das ist einfach super spannend, die ganzen Reaktionen zu sehen und nicht zu merken, okay, das sind nicht nur irgendwelche abstrakten, theoretischen Zahlen und Buchstaben, die ich da hin und her schiebe, sondern das macht wirklich unsere Natur so und das ist doch einfach mega geil. Fünftens, Themen herausfinden. Du musst unbedingt wissen, welche Themen werden abgefragt. Und da fragst du am besten deinen Lehrer, du fragst, schaust am besten im Internet nochmal nach, damit du einfach genau weißt, was ist prüfungsrelevant und was ist nicht prüfungsrelevant. Ja, nur weil dein Lehrer im Unterricht mal irgendwo einen speziellen Exkurs über irgendwas gemacht hat, muss das nicht heißen, dass du das im Abitur auch können musst. Weil man sagt immer, oh ja, du musst die letzten zwei Jahre können. Das stimmt nicht. Du musst das können, was das Kultusministerium eigentlich dem Lehrer vorgeschrieben hat und was das Kultusministerium dann davon als wichtig für die Abiturprüfungen sieht. Deswegen, check das unbedingt ab, das spart nämlich erstens viel Zeit und zweitens viel Nerven, weil wenn du irgendwas gelernt hast, wo du richtig viel Zeit reingesteckt hast und am Ende wurde es nicht abgefragt und du dann feststellst, das hätte ich ja gar nicht lernen müssen, sauergerlich, deswegen mach bitte diesen Fehler auch nicht. Ansonsten, ein Fehler, den du vielleicht auch machen könntest, ist, ich finde meine Überleitung immer so geil am Ende vom Video, ist nicht in unser Traum-Abitur-Coaching-Programm zu kommen. Wann solltest du da reingehen? Du solltest da nicht reingehen, wenn bei dir sowieso alles super easy von allein läuft, dann brauchst du das Coaching nicht, auch wenn es sich auch nochmal ein paar Prozent bringen würde, aber wenn es eh alles easy läuft, dann brauchst du es nicht. Wenn dir das Abi grundsätzlich nicht so wichtig ist, dann brauchst du es auch nicht. Aber wenn du sagst, okay, ich habe einfach gewisse Probleme, die ich noch nicht verstehe, ich habe gewisse, nichts Inhaltliches mit dir ja, also nur, wie lerne ich, wie mache ich Zeitmanagement, wie ziehe ich durch, wie arbeite ich Prüfungen richtig. Dafür bist du an dieser Stelle richtig. Genau darauf ist ausgelegt, dass eben Leute, die in der Oberstufe Probleme haben, ihren Traum-Abiturschnitt zu erreichen und denen der Traum-Abiturschnitt auch wirklich wichtig ist, für die ist das Traum-Abitur-Coaching genau richtig. Wenn das auf dich zutrifft, einfach unter diesem Video in die Beschreibung gehen, allererster Link klicken, Daten eingeben, du wirst persönlich von uns angerufen und dann schauen wir, wo du stehst, wo eben deine Probleme sind, wo du überhaupt hin möchtest und ob und wie wir dir da hinhelfen können und dann sprechen wir beide persönlich mal miteinander und schauen, ob ich dann auch dein persönlicher Coach werde. Also einfach eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.